Gut, der Schattenläufer ist da schon länger Und da war er, glaube ich Ach, sonst ist das einfach so neu So, aber Da drin ist sicher, oder? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher Wenn mir gleich was ins Gesicht geworfen wird Weiß ich, dass es nicht sicher ist So, hallo Ah, nein, alles gut Das will ich alles nicht Das sieht aus wie für einen Arsch hier Für einen Arsch ist das schon wieder So, Schattenläufer ging, haben wir festgestellt Aber auch nur, weil ich komplett Weil ich an die Wand ihn gedrängen konnte Das kann ich hier, glaube ich, nicht Also vergessen wir das schon mal Und gucken wir mal an Gucken wir mal, ob wir die tot bekommen Ich wüsste jetzt nicht, wie Das sind die Drachensnapper Da halten wir uns fern von Diese einzelne Waag, der müsste gehen Ja, und Koblen-Skelette gehen ja eh immer, ne? Haben wir ja festgestellt, dass die nichts können Na ja, zwei, was macht ihr so? Da, schon tot Machen wir auch kaum Schaden Ne, die haben ja auch noch einen Knüppel, ne? Ne, einen schweren Ast haben die Entschuldigung Hä? Oh Gott Skelette, ja Ja, natürlich Hilfe Das ist mich Ich muss da gerade mal woanders hin Hilfe Geh doch weg Ja Ja, easy Ja, die hatten Angst zu mir Deswegen sind sie dann weggelaufen Scheiße Hätte mir jemand sagen können, dass das auch Skelette sind Ich hab nur die Goblins gesehen Hey du, heil mich mal wieder So, zum Glück kostet das nichts Das würde mich in den Ruinen treiben, wenn das was kosten würde Das würde es Ab wann ist man überhaupt Experte im Kampf 50 oder 60 Ich glaube 60 Schattenläufer, nee Aber da waren noch so einfache Suchende Ja, probieren wir unser Glück Der kann Feuerball schmeißen Selbst wenn ich auf ihn einschlage Das ist so der frustrierende Moment Gut, ich wollte ihn eh nicht killen Ähm Da waren noch so andere Viecher Die wollte ich nämlich killen Da So, das hat einer oder noch irgendwo einer, oder? Nein Suchen da Ich möchte mich jetzt nicht unterhalten mit Spiel War es ja schon? Okay Wirklich nur einer Respawnrate ist wirklich Zu niedrig Aber diesen einzelnen Varg soll ich doch tot bekommen Ein Varg geht doch Wenn ich einen sage, meine ich zwei Oh, scheiße Nimm mal, ist noch einer Ne, es sind zwei Wirst du mal ein Crit landen vielleicht? Nein Dann halt nicht Varg, kannst du nicht zuhören Gut Äh Da sind die Penner drin Da gehe ich jetzt garantiert nicht rein Bin ja nicht bescheuert Soll ich den Scheiß mal alleine machen Wo war ich denn noch nicht? Wo könnte man denn noch Leute Äh Gegner finden Ich war so ziemlich überall inzwischen mal, ne? Wieso liegen denn da noch Feuer in Essen, so wenn ich schon überall war? Ich war bei Xardas unten Da könnte noch was Respawn sein So hast du noch irgendwas Neues Hey du Was wenn ihr sollten, ein bisschen erträglicher Hm Okay, jetzt noch schnell ein Level her Wollte nochmal so knapp 4000 Erfahrungspunkte Doch nochmal ins Minental gehen, wie es aussieht Die Orks sind im Minental Pass doch mal auf So ein Söldner Zeig's ihm Dem hast du's gezeigt War auch schon mal besser Ja, das war mit Ähm Bind Startkeule So hab ich die nicht ausgerüstet Wo die besser ist, weil ich Nicht mitbekommen hab Nicht vergessen hab ich Ja geil Waffenupgrade Das wird jetzt glaube ich das Problem nicht lösen Aber Das nächste Mal werden wir ja sehen Ist ein Schritt in die richtige Richtung, sag ich mal Ähm Ich hoffe immer noch Knapp 3000 Erfahrungspunkte So ein Level wäre schon schön Ähm Ach Die Tenner sind halt jetzt überall Überall sind die Penner jetzt Vielleicht komm ich um ihn rum Ich hätte gerne noch so ein Level up So ein hübsches Für ein paar extra Lebenspunkte Und Und Nochmal eine Steigerungsmöglichkeit Für zweihändigen Kampf Das wär schön So Wo war ich denn noch nicht Ach Ist egal die Penner Diese dummen Arschlöcher Hinten geht's wieder zum Tal Darauf jetzt wohl hinauslaufen Junge Hier halt echt überall inzwischen sind Ach Dumme Idioten Sie sind mit meinem Genie einfach nicht gewachsen Ich bin einfach zu klug für die Sagt er Er lief in einen rein und starb Mienthal spawnt auch nochmal neue Lies gerade Also auf jeden Fall im nächsten Kapitel Ich weiß aber auch nicht in diesem Kapitel Hm Hm Drachen-Snapper Ja geil Genau damit würde ich mich jetzt anlegen Wieso sind die überhaupt da Achso Wahrscheinlich Weil Paldi ist jetzt nicht mehr da Die den Pass beschützen Also kommen da Drachen-Snapper Und Suchende Überall Überall Sind die Penner Ist ne Lüge Ich bin gar nicht da Hilfe Ich bin doch gar nicht da Wieso greift der mich direkt an Sonst reden die doch immer noch zwei Stunden mit mir Ne Ich geh wieder ins Mienthal Da ist es sicher Gefängniskolonie Ich weiß auf jeden Fall noch einen Punkt wo ich mal hochklettern muss Da müsste eine Nachricht sein Das war der Punkt wo ich Schon mal Hochklettern wollte Aber woanders rauskam Weil ich Da was verwechselt hab Ähm War gar kein Problem nicht Ich wolle eh nie wieder ins Minenteil Das ist nicht ganz ein Orks Da kann ich mich kuscheln Wie hat überhaupt diese Mine freigeräumt Und wieso ist dir nie jemandem aufgefallen Ich mein Man prüft doch mal die Umgebung Die Umgebung und so Ich mein Hm Naja Details Das passt schon Wie ich sage Aber im Minenteil komme ich noch ohne dass es crasht Im Minenteil komme ich ohne dass es crasht Sehr gut Naja Guck mal her Ich guck mal ob ich jetzt so ein Ork Vielleicht komme ich ja Natürlich kommt da noch einer Stell dir mal vor Ich müsste nur gegen einen kämpfen Das wäre ja langweilig Das will ja auch keiner Die Leute wollen sehen Wie ich anfange zu weinen Wenn ich gegen 10 kämpfe Sind da nochmal Leute nachgespawnt Oder ist das erst im nächsten Kapitel Hier ist glaube ich nichts nachgespawnt Könnte ich mich direkt zum Dings teleportieren Oder Ich brauche auf jeden Fall noch so ein paar Gegner Also ich brauche nicht Ich könnte auch mit ganz viel Glück so ein Typen platt machen Ich habe irgendwie die Hoffnung dass ich noch ein paar einfache Gegner finde Einfach also In Anführungsstrichen Deswegen glaube ich einfach mal nachts durchs Minental Was soll schon schief gehen Da ist ein Schnapper Da ist ein Drachenschnapper Also Schnapper geht Drachenschnapper wahrscheinlich nicht Also ich kann die ja nicht ausnehmen Weil ich es nicht gelernt habe Ich versuche es einfach mal Mein Glück Ähm Gibt da auch die Mächte des Chaos Nein Ich hätte nie mit Dawn of War anfangen dürfen Wird gleich wieder abgebrochen Das Projekt Gibt morgen kein Dawn of War So Am ersten Teil ist in der Scavenger Am zweiten ist der Snapper Hm Merkt da gar keinen Unterschied So komm mal ran hier Junge Ich habe doch mit Diego hier sehr viel aufgeräumt Naja nicht so wirklich Hier nicht Von einem anderen Ort So Und damit ich nicht irgendwo plötzlich reinrenne Ziehen wir unsere Brü Was ist das da? Den Oh Keine Ahnung wer das ist Dann ernsthaft wer ist das Und warum liegt der hier? Ich sollte das glaube ich wissen Ich sollte es wissen Ich weiß es aber nicht mehr Oh geil Da fuck Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Ja easy 4 Snapper Gar kein Problem Also bitte Da müssen sie schon mit 5 kommen Wenn sie eine Chance haben wollen So das machen wir jetzt aber bitte nie wieder Weil das war wenig lustig Das war wenig lustig Ähm Aber ich denke mal hier noch ein bisschen aufräumen Wäre keine schlechte Idee Oh Krieger Oh Krieger räumen wir vielleicht nicht auf Da kommen immer gleich 5 Und dann Freien die mich Imperialisch ist nichts vorbei Niemand will Für den Imperator kämpfen Niemand will überhaupt in dieser Welt leben Na außerdem ist Imperator vorbei Imperator gibt es nicht mehr Wieso zur Hölle hast du denn die Waffen nicht so schnell gezogen? Was ist denn das? Jetzt sieht er die Waffen wieder nicht richtig Ich hasse es Ist auch mitten im Wald Noch so ein Kack Ork stehen muss Ähm Drang Snapper Ork Krieger Warum steht er da im Wald? Was soll der Unsinn? Wer hat denn da hingestellt? Äh stimmt Das sind die ganzen Oh Gott Es sind gleich mehrere Ja das wird bestimmt was werden Ähm Alte Leopold zur Burg will ich haben Glaube ich Ist die richtige Burg oder? Gibt glaube ich nicht so viele Burgen hier Wer war denn? Kann ich das irgendwann sagen Dass ich den gefunden habe? Hey du Ähm Hey du Oder war das schon Nee Hab ich das schon gesagt? Kann man das sagen Bevor man Hey du Ich weiß es nicht Hm Schwierig Hat der noch ne geile Waffe für mich? Nichts für Zweihand Ach ich wusste es Ein Zweihand war ein Fehler Zweihand war ein Fehler Hm So interessiert sich irgendjemand dafür Dass Äh Ich muss erst mal Fleisch braten Das ist völlig richtig Ähm Kann man das eben jetzt schon sagen? Oder erst im vierten Kapitel? Hm Ich weiß ja wohl wieder nicht Ich hab das Spiel schon mal gespielt Deswegen weiß ich Dinge nicht mehr Aber ein, zwei Level wären echt noch schön jetzt Ach komm schon Fleisch hab ich doch gar nicht Ich bin mir sicher Diese Fleischmenge ist eine Lüge Wo ist denn das ganze Fleisch schon wieder hier? Ich hab ja fast nichts gekillt Das Fleisch gibt Danke Was gibt's neu Verdammt noch mal Was Sogar Milton hat die Burg verlassen Ich brauche aber nicht weniger Leute Ich brauche mehr So unentspannt Der Mann So unentspannt Das ist der Wahnsinn Gut Ich würde sagen Ich schlafe jetzt erst mal Bis zum Morgen Dann killen wir noch ein bisschen Dann muss ich mal Zu diesem Punkt noch hin Zudem ich dachte Ich wäre jetzt schon hingegangen Aber Ich bin noch hier Also Aber woher wohl noch nicht hingegangen bin Verdammt Was ist los Was Engo hat neue Rationen Fleisch verteilt Könnte besser laufen So Dann kriege ich auf ein Level Soll ich locker noch zusammen bekommen Und dann vielleicht noch ein Dann sollten die Suchenden langsam mal gehen Ich muss es mir noch schön reden Ich glaube es Ich habe was anderes gehört Also ähnlich So Jetzt kommen wir erst mal wieder nicht richtig da runter Weil die Kollisionsabfrage einfach kacke ist Junge Spiel Lass mich da raus Nein 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 Oh Puh Moment lang hatte ich jetzt echt Angst Dass das unangenehm wird Aber ich Alles gut Ich muss jetzt nur irgendwie Da rum Und dann ganz easy hier raus Ja Unbekannte Soldat Die konnten sie noch beerdigen Bevor sie panisch in die Burka ranzen Nein Ork Da wollen wir nicht hin Wobei die Richtung grob schon richtig wäre So die Snapper da waren auch noch Da Bin mir ziemlich sicher Dass ich die nicht alle gekillt habe Und dann